Hey, habt ihr das gewusst? In der Schweiz geben wir im Schnitt 630 Fr. für Lebensmittel aus im Monat. Wissen wir, was man mit 630 Fr. alles machen kann? Oder für ihr in Griechenland? Ein Jahresabend im Fitnessstudio abschliessen? Oder eine neue Deining-Konsole kaufen? Dabei ist Geld sparen bei mir ganz einfach. Profital-App herunterladen und in den Prospekt von über 100 Händlern die passenden Angebote finden. Also, wenn ihr nicht wieder viel zu viel Geld für Lebensmittel ausgeben wollt, dann holt ihr euch jetzt die gratis Profital-App.